In diesem Video will ich Ihnen einmal grundlegend zeigen, wie Sie eine neue Topologie erstellen können. Wir haben die Betriebssysteme importiert. Die sind hier zwar noch nicht sichtbar, spielt keine Rolle. Ich erstelle zuerst einmal ein neues Projekt. Über diese Schaltfläche, haben Sie gesehen, wird direkt der Assistent gestartet. Sie können einen Namen angeben und dann selbstverständlich einen Pfad, wo Sie dieses Projekt ablegen möchten. Ich verwende einmal den Namen Demo01. Das ist der Name von meinem Projekt, wird in diesem Pfad abgelegt. Selbstverständlich müssen Sie hier die Lokation für Ihre Bedürfnisse anpassen. Nun wähle ich OK. Nun wurde ein neues Projekt angelegt. Ich navigiere zu Switches und ich möchte nun eine Topologie aufbauen. Und jetzt haben Sie es gesehen, unser Betriebssystem steht uns jetzt zur Verfügung. Vorher war es noch nicht da. Das spielt keine Rolle. Man muss nur mit dem Werkzeug arbeiten und dann steht einem das zur Verfügung, was man vorgängig vorbereitet hat. Ich werde nun den Bildschirm etwas anpassen. Diese Seite brauche ich nicht mehr unbedingt. Und da habe ich, denke ich, den Bildschirm schon so weit nach unten gezogen wie möglich. Und genau so ist es. Und das werde ich ebenfalls noch etwas zur Seite ziehen, damit wir hier möglichst viel Platz haben. Sie können nun mit der Topologie beginnen, indem Sie ganz einfach hier das Betriebssystem markieren, zur rechten Seite ziehen und bereits haben Sie jetzt einen Switch in Ihrer Topologie. Sie navigieren mit der Maus zu diesem Gerät und sehen dann im Kontextmenü die verschiedenen Schnittstellen. Sie können nun diesen Switch bereits bearbeiten. Mit Rechtsklick können Sie zum Beispiel den Hostnamen anpassen. Wir sehen jetzt hier den Hostnamen. Das ist nicht der Hostname im Betriebssystem, sondern das ist rein der Hostname, den Sie hier sehen. Ich verwende einmal SW01 und wähle OK. Und jetzt sehen Sie, sieht es so aus. Gut, holen wir einen zweiten Switch in die Topologie. Ebenfalls schnell den Namen anpassen. SW02 und OK. Wir können mit diesen Geräten noch nicht arbeiten, weil, Sie sehen es vielleicht hier, die sind noch nicht eingeschaltet. Was wir aber machen können, wir können die beiden Geräte miteinander verbinden. Und zwar über dieses Symbol. Klicken Sie auf dieses Symbol. Der Cursor ändert sich. Sie sehen, jetzt haben wir hier einen anderen Cursor. Und das heisst, wir können jetzt die Geräte verbinden. Sie klicken auf SW01 mit Links. Dann können Sie die Schnittstelle auswählen. Gigabit Ethernet 0 slash 0. Navigieren zu Switch 2. Und können hier auch die Schnittstelle auswählen. Und bereits sind die beiden Switches miteinander verbunden. Nun können Sie wiederum auf dieses Symbol klicken, damit sich der Cursor wieder ändert. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die physischen Switch-Ports eingeblendet haben wollen, dann können Sie das über dieses Symbol hier. Ich klicke auf dieses Symbol und Sie sehen, jetzt werden die Ports eingeblendet. Das ist oft hilfreich, damit man sich orientieren kann. Was auch wichtig ist, wie bereits erwähnt, wir können noch keine Kommunikation aufbauen mit diesen beiden Geräten. Sie sind ausgeschaltet. Sie können die Geräte einzeln einschalten. Hier mit Rechtsklick und dann Start. Oder Sie wählen einfach diese Schaltfläche aus. Und dann werden sämtliche Knoten in der Topologie gestartet. Ich klicke auf diese Startfläche und jetzt sehen Sie hier, die beiden Switches sind jetzt aktiv. Das wird hier durch diesen grünen Kreis symbolisiert. Und jetzt können wir mit dem Switch eine Verbindung aufbauen. Und zwar mit Rechtsklick können wir die Konsole starten. Oder wenn Sie sämtliche Konsolen starten wollen, von allen Knoten in Ihrer Topologie, wählen Sie diese Schaltfläche aus. Und somit werden sämtliche Konsolen gestartet. Sie sehen, jetzt haben wir hier die beiden Konsolen. Und jetzt kann ich Ihnen auch zeigen, warum ich eben vorher auf dem anderen Host PuTTY vorgängig installiert habe. Weil hier habe ich bewusst Solar PuTTY verwendet, um Ihnen zu zeigen, dass eben hier immer diese Werbung eingeblendet wird. Und das finde ich einfach nicht unbedingt toll. Wir haben hier Switch01 und Switch02. Und ich werde später Ihnen zeigen, wie es aussieht, wenn mit PuTTY gearbeitet wird. Also jetzt haben wir hier die Möglichkeit, mit dem Switch zu interagieren. Sie sehen auch, der Switch wird gestartet. Das dauert eine kurze Zeit, weil dieses Betriebssystem läuft auf der virtuellen Maschine in einem Container. Da braucht es eine gewisse Zeit, bis der Switch gestartet ist. Ich schliesse einmal hier diese Konsole. Alles, was Sie hier in Ihrem Projekt hinzufügen, umbenennen oder wieder entfernen, das wird interaktiv gespeichert. Sie müssen da nicht zum Beispiel auf File navigieren und dann irgendwo auf Speichern klicken. Nein, das wird im Hintergrund direkt gemacht. Wichtig, ganz wichtig, was Sie im virtuellen Switch konfigurieren. Also wenn Sie hier im Switch drin sind und hier zum Beispiel den Host-Namen ändern. Also wenn Sie jetzt mit dem Switch verbunden sind und Sie würden da im Switch solches hier den Host-Namen ändern. Also Sie navigieren in den Enable-Modus, dann in den globalen Konfigurations-Modus. Verwenden hier den Befehl Hostname. Und ändern nun den Namen des Switches zu SW01 beispielsweise. Sie sehen, das habe ich jetzt umgesetzt. Ich weiss, es ist etwas klein zum Lesen. Bei einem anderen System, wo ich dann schlussendlich arbeiten werde, ist die Schriftgrösse angepasst. Sie sehen, SW01 ist jetzt der neue Host-Name. Das wird nicht gespeichert. Sie müssen hier explizit, wenn Sie die Konfiguration speichern wollen, navigieren Sie zurück in den Enable-Modus und wählen dann zum Beispiel Copy, Running Config und dann Startup Config. Oder Sie können den alten Befehl verwenden. Ich habe bewusst gesagt, den alten Befehl WR, weil dieser wird später einmal nicht mehr zur Verfügung stehen. WR steht für Write. Dann wird die Konfiguration in diesem virtuellen Switch gespeichert. Also, das ist wirklich wichtig. Alles, was Sie hier in der Topologie umsetzen, wird von GNR3 gespeichert. Alles, was Sie in einem Knoten konfigurieren, also auf SW01 oder auf SW02, das müssen Sie explizit speichern. Die Switch-Konfiguration wird nicht automatisch gespeichert. Wenn Sie hier in dieser Topologie zum Beispiel mit einem Kommentarfeld arbeiten wollen, wählen Sie hier die Schaltfläche Add Note. Klicken dann in den weissen Bildschirm. Sie sehen, hier blinkt der Cursor. Und jetzt können Sie hier Text eingeben, zum Beispiel. Und dann klicken Sie wiederum in den weissen Bildschirm. Und nun können Sie dieses Textfeld für Ihre Bedürfnisse entsprechend zur Seite ziehen. Auch das wird direkt im Projekt gespeichert. Mein Projekt heisst Demo01. Ich glaube, Sie haben die Idee erhalten, wie Sie Ihre eigene Topologie aufbauen können. Ich werde später auch mit einer Topologie arbeiten, die ich bereits vorbereitet habe. Aber nur die Topologie habe ich vorbereitet. Nicht die eigentliche Konfiguration. Aber jetzt wissen Sie, wie Sie mit GNR3 arbeiten können, wie Sie ein Projekt anlegen können und wie Sie Ihre eigene Topologie aufbauen können.